Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Show Teil von Medieval 2 Conquer the World. Ja, hier seht ihr mein Reich, das ich schon mal im Let's Play gezeigt habe. Leider ist dieses Spiel nicht gerade für ein Let's Play gedacht, weil es mit der Zeit extrem streckt. Und das sieht man auch im Reich. Ich hätte jetzt schon längst die ganze Map erhobert, aber ich taste mich einfach sehr vorsichtig von Reich zu Reich. Momentan habe ich wirklich nur Krieg mit Frankreich und vorher hatte ich nur Krieg mit Irland, die da oben noch eine Stadt gehabt haben und will dann Krieg mit den Kalmarer Union machen. Und so werde ich immer wieder weiter ausbreiten und es geht extrem lang, weil die Maps riesengroß sind. Die Einheiten teuer sind, die natürlich extrem cheaten und natürlich extrem viele Einheiten haben. Ich kann nämlich nicht checken, wieso ein Volk, das nur noch eine Stadt hat, zwei volle Armeen draußen haben und eins in der Stadt, die cheaten 100%ig. Und das nervt und deshalb, ja, es ist ein bisschen unvergänglich mit dem Spieler. Auch, dass zum Beispiel mein Befehlshab, der Arthur, wo ist der, der ist glaube ich hier unten, mit der Zeit einfach nur noch negative bekommt, wie zum Beispiel jetzt minus 2 Autorität oder 15% Anstieg der Baukosten, minus 2 verschmutzt, ah, das ist positiv. Aber, ja, ich zeige euch jetzt mal kurz einen. Und vor allem hat der Arthur extrem viele HP. Das heißt, ich könnte ihn alleine in ein Riesenherr schicken, der würde nie sterben. Das ist völlig ein bisschen daneben. Aber das ist jetzt eigentlich auch schon alles, was es so zu bemängeln gibt. Und das Spiel ist natürlich sehr gut, schon von Grund auf und der Mod macht vieles auch viel besser. Und dadurch ist das Spiel schon von einem guten Grundstein aus sehr gut. Und dadurch, ja, ich habe jetzt hier wenig Probleme. Es ist gut, dass der Schmutz relativ gering ist und dadurch, ähm, Ding, ähm, ich die Städte auch schnell besser machen kann. Also mehr Wachstum und so. Ähm, ja, äh, das ist eigentlich, ja, eine voll ausgebaute, äh, ausgebaute Stadt. Und sie hat, ja, eigentlich nur, ja, da ist jetzt 70%. Aber London ist auch die am weitesten ausgebildete Stadt. Eigentlich fehlt nur noch die riesige Steinmauer, dann ist alles voll. Und, ja, bei den Häfen fehlt hier noch, ähm, nein, da fehlt keines mehr. Also muss eigentlich nur noch zum Metropole gehen. Äh, aber das wird ein bisschen schwierig. Ich denke, der Wachstum ist nicht groß, ja, 1%. Also, und man braucht 38.000, das ist auch viel mehr als sonst. Weil normal ist es, glaube ich, 24.000 bis zum Metropole. Also es ist, der Mod ist nichts für Anfänger. Er ist sackschwer. Und man hat eigentlich immer zu wenig Geld. Ich habe jetzt nur 11.000 für ein so gigantisches Reich, wo ich schon lange eigentlich Tausende von Armeen haben sollte. Aber ich habe überall nur sehr wenige Einheiten in den Städten. Also bin ich sehr verwundbar. Ja, und habe eigentlich nur hier beim Krieg die meisten Einheiten. Aber eben, das macht auch die Taktik ein bisschen besser. Man muss taktische vorgehen und so. Man kann in den Kämpfen auch nicht einfach auf die Gegner stürmen und fertig ist. Vor allem die Bogen schützen und die Reiter machen extremen Damage. Die killen normale Einheiten in Windeseile und ja, also normale Einheiten in Schwertträger oder so. Und vor allem Speerträger sind sehr verwundbar von der Seite von hinten. Also da muss man extrem aufpassen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe relativ schnell Frankreich überrennen können. Die haben wirklich hier ein Problem. Deutschland greift sie an. Spanien greift sie an. Und wir greifen sie an. Und sie sind auch noch im Krieg wahrscheinlich mit den Apachen. Das schauen wir kurz mal. Ich habe wirklich nur einen Feind. Die freien Völker sind natürlich immer mein Feind. Aber die sind ja nicht schlimm. Und wir sehen, sie haben sogar einen Waffenstillstand angenommen, weil sie alle Städte hier verloren haben. Auch hier haben sie zwei Städte von mir. Also sie haben die Städte verloren von mir. Und ja, hier unten macht sich gerade Portugal ein bisschen breiter. Aber das juckt mich kaum. Hier ist nämlich Portugal laut der Karte nicht mehr hier. Also sie sind nur noch hier unten. Und da sind wirklich nur winzige Städtchen da. Die Hauptstadt hat nicht mal... Ist ein Dorf. Oder ist das die Hauptstadt? Das ist ein Rebellen. Ja, ihr seht hier. Die Stadt ist immer noch ein Dorf. Die Hauptstadt. Also es ist... Eigentlich gut, dass die... Wenn sie alleine gelassen werden, gar keine Truppen auseinieren und so. Aber es wird auch so zu einfach sein und so. Ich frage mich, wie es mit der Ming-Dynastie ist. Die sind hier unten wahrscheinlich. Oder die... Das Shogunath. Eins von beiden sind hier unten. Und die haben wahrscheinlich auch noch nicht viel ausgebaut. Hier gibt es mehrere Städte, die einfach kein Wirtschaftswachstum haben, weil sie sehr wenig Nahrung haben. Und sehr weite Handelswege oder gar keine Handelswege. Und ja. Kann eigentlich nur der Spieler relativ gut fortschrittlich sein. Soweit. Im Kaff. Jo. Die haben jetzt noch gar nie angegriffen. Die haben wahrscheinlich andere Probleme. Können wir auch kurz schauen. Kalmar Union. Das müsste da. Die haben keine Feinde da. Sind die auch nicht sehr ausgebildet und so. Die könnten mir easy überrennen, aber ich mache es jetzt gerade nicht, weil mir die Truppen fehlen. Und zwei Fronten Krieg ist fatal in diesem Mod. Ja. Jo. Was gibt es noch zu erzählen? Also ich finde es vor allem cool, dass es sehr viele Handelsflotten gibt. Ich war immer so einer, der jedes Mal die Handelsflotten angeschaut hat, wie sie sich ändern. Die ändern sich nach jeder Runde ein bisschen. Und ja. Man hat eigentlich relativ viele Handelseinnahmen. Schauen wir mal hier. Hier sind viele. Also plus 2964 von der Stadt aus. Und Handelsaufnahme ist 998. Also extrem viel für Medibel 2. Und deshalb, ja. Und es gibt ja noch gar keine Handelsgelder hier, oder? Also ich sehe es jetzt gerade nicht. Nein, es gibt keine Handelsgelder. Doch, es gibt die Handelsgelder, also die Kaufmannsgelder. Aber die ist nur auf erster Stufe. Und die hat jetzt nicht viel mehr Einfluss. Die hat einfach eine normale Steigerung von Handelsgelder. Das hat jede Strasse, jede, ähm, ja. Ich heisse nicht, was alles hat, aber. Können wir kurz hier schauen. Gibt gar keine mehr. Also vor allem haben relativ viele Handelseinnahmen. Und deshalb, ja zum Beispiel hier, Steigerung von Handelsgelder und schnellerer Handel. Also sind Strassen viel besser als eine Handelsgelder der ersten Stufe. Und dann hat es hier, hat sich jetzt noch nicht so ausgewirkt. Aber später bekommen wir, entweder von dieser Gelder oder von einer anderen Gelder, einen weiteren Seehandelsweg. Dann gibt es hier einen grünen Strich mehr. Und, ja. Aber ich hätte jetzt gerne mehr. Also bei Rom war es gut. Bei Medill war es auch gut. Wurde nicht verbessert. Ich hätte gerne mehr gehabt. Und in den neuen Rom-Spielen gibt es sie leider auch nicht mehr. Sogar schlechter wurden sie. Also, ja, so kleine Details sind einfach beim neuen Rom nicht mehr da. Dann finde ich es auch nicht mehr so gut. Und ich mag Details. Ich mag viel Mikro-Management und andere Sachen, die man machen tun und nicht nur Krieg und Bauen. Und also, da misst Rom für mich, hat einfach, also Rom 2 für mich schlecht. Rom 1 war tip top. Medill 2 war auch noch sehr gut, aber nicht so gut wie Rom. Und dann ging es bergab ja mit Empire und Shogun 2. Aber, ja, Rom, ich hoffe, die werden einfach weg von diesem Casual wieder gehen und Richtung, ja, Profi-Sachen. Es sind ja die Profis, die dranbleiben, nicht die Casual-Gamer. Und wieso entwickeln sich, äh, entwickeln die, äh, ähm, Leute eigentlich, also die Entwickler gar nicht, Spiele für Profis? Also, ja, ich bin jetzt gerade am Night-Sophono spielen. Das ist ein super Spiel, das ist fast besser als Rom. Und, ähm, da bin ich gerade dran. Ich kann es leider nicht aufnehmen, äh, weil Phraps das Spiel nicht erkennt und solche Sachen. Aber ich kann es dann gerne mal live streamen. Und, ähm, ja, ich bin dann mal gespannt. Und ich schaue jetzt, dass ich live streamen kann, damit ich euch hier auch ein bisschen zeigen kann, ohne, dass ich ewig lange Let's Plays oder Videos machen muss. Und, ja, okay, ähm, sobald ich live streamen kann, ohne Rucker, ohne nichts, nehme ich die ganze Zeit live streamen auf, also, gespannt und, ja, freut euch, bis denn. Und, ja, ich würde mich über jedes Kommentar, über jeden Like, so, freuen. Es ist nicht zwingend, aber es würde mich sehr viel unterstützen und das hilft euch dann auch, weil ich 0% Geldgeil bin und deshalb alles auf die Verbesserung des Kanals setzen kann. Und, ja, also, bei mir habt ihr alles positiv, wenn ihr euch gut benehmt, also, ja. Ich danke euch, die schon ein bisschen, wenn wir das machen, aber ich hätte gerne mehr natürlich. Und, ja, ähm, ihr dürft gerne Verbesserungsvorschläge oder andere Sachen schreiben. Ihr dürft mit mir quasseln, sei es im Chat von meinem Forum, sei es unten in den Kommentaren, sei es bei Skype oder bei Steam. Ich bin überall erreichbar. Und, ja, also bei Twitter nicht, aber ich mag Twitter nicht, ich werde das wahrscheinlich nie benutzen. Aber, in meinem Forum habt ihr auch so etwas Art Twitter, wo ich immer wieder das posten werde, kurzfristig. Und, ja, deshalb, ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Video ankommt. Ich wäre für jeden Daumen nach oben dankbar. Und, ja, das zeigt auch, dass ich es richtig mache, sonst weiss ich ja nicht, was soll ich noch gross ändern und so. Da werde ich wahrscheinlich noch schlechter, äh, weil ich meine Ideen ausgehen oder so. Also, ich würde nur besser werden. Und das ist momentan auch der Fall. Ich habe auch viel mehr Aufrufe jetzt, aber es werden natürlich die Likes und so. Aber das ist ganz klar. Man sieht es auch bei den vielen, äh, bei den guten Let's Playern, die haben auch nur ungefähr 1% Likes. Und, das ist ein bisschen schade. Es ist wirklich keine Arbeit, kurz den Like-Knopf zu drücken. Ihr dürft natürlich auch disliken, wenn es euch nicht gefällt. Das ist kein Problem, aber nicht haten, nicht unnötig disliken oder so. Wäre ich dankbar. Ja. Aber das wäre es jetzt eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich werde noch mehr Videos machen. Die nächsten Folgen kommen bald. Und, ja. Das wäre alles. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.